Hm. Noch ein. Vier ist aber deutlich zu wenig. Zähne müssten schon mindestens haben. Also, zähne ich noch etwas. Hm. Und den noch. Hm. 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 So, da nichts. Wie fangen wir jetzt? Fünf, ne? Fünf, genau. Ach, komm, ich mach jetzt noch was anderes noch. Ey, das geht ja einer auf den Sack, 15 Minuten lang nur lasern, ey. Ne. Knauze. Gleich den Tag gehabt. Hier machst du den Wegst noch ein paar Punkte, also. Du kriegst hier wenigstens auch ein paar Linksbums. Wie gesagt, auf Kennzeichen achte ich jetzt einfach nicht mehr mehr. Vielleicht kriegen wir ja noch einen großen Unfall rein hier. Haben wir ja freigeschaltet jetzt, den großen Unfall. Oh. Wie kann man so parken, frage ich mich. Wie kann man sich so egoistisch da hinstellen? Mond hat es nicht, okay. Hier auch schon wieder. Keine Ahnung, wo der die Person immer sieht. Und da, nee, da ist doch richtig. Okay. Nein, ich werde nicht mehr zurückgerüst. Oha, voll weit weg. Ja, vielleicht finden wir auf den Weg noch was Zufälliges. Jetzt ist die Uhrzeit auch nicht mehr da. Oha, nee, ich werde nicht mehr. Wie viele Sehenswürdigkeiten gibt es denn hier? Ich lerne es nicht, ne? Gehen wir hier nochmal nach Chester. Eine machen wir jetzt noch. Eine 15-Minute-Geschicht. Den kann ich noch zwei, drei Videos schneiden. Weil ja morgen, wie gesagt, kein Kindergarten ist. War ja eigentlich alles für morgen geplant. Wir hatten in den letzten Tagen unzählige Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Alles klar. Alles klar. Ich glaube, der hat sich besser fahren lassen, oder? Nee, also... Wow! Äh, äh, äh. Und Stream schneiden könnte man auch machen, ja? Können wir auch machen. Zumindest ein Video können wir das mal machen, ja? Ja! Oh. Oh... ... Warum geht mir denn ein Vergasmotto hier? Da soll ich zu schnell fahren, dann gucke ich das Alter, ist der da gerade noch mal voll hochgegengeballert Hahaha Morgen haben wir ja wieder einen schönen Langstream Und ich denke mal, auch am Samstag bei dem neuen Spiel dann Schätze ich mal Ja, ganz ruhig Erstmal gucken, ob irgendwo oben noch ein Auto ist Ja, immer noch das Antriegio 4 Das Horrorspiel Und Sonntag auch Es tut mir so sehr leid, irgendwie Okay, da fehlt die Versicherungsdienst Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes Ich dachte nicht, dass das so teuer wird Alkohol wurde jetzt glaube ich nicht gebrochen Wo ist sein Auto? Da hinten, er steht aber hier, okay Was haben Sie gesehen? Ich habe geblinkt, ich bin gefahren Ich habe nichts falsch gemacht Nein Ausweis und Versicherungskarte, bitte Bitte sehr, Officer Und hier noch? Und hier noch? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Diese Person war ganz sicher zu schnell Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte Klar, bitte sehr, Officer Ist auch mal schwer einzuschätzen Mit Mit welchen Autos die noch fahren können und welchen nicht Manchmal sehen die Dinger ja so Schrott Und die fahren damit noch Eigentlich mit gar keinem mehr Nee Marihuana 7 Gramm Und Marihuana 28 Gramm So sieht das nämlich aus Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen Ja, Besitz Ich muss Sie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis festnehmen Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig Bitte tun Sie das nicht Vor allem bitte gehen Sie auf den Bürgersteig Er kriegt keinen Bericht Achso, doch, warte Doch, warte mal Kann ich ihn noch? Er wartet da jetzt ganz brav Ah ja, kriegt er gleich Den Bericht Foto Kamerah Foto Kamerah Hat er die Fotos gerade durchgeschossen oder warum er ist hier von der Seite schon abgehakt? Bitte gehen Sie Richtung Revier, genau Bitte gehen Sie in das Gefängnis Ja, das ist ein bisschen Lauf gemacht So Autoschlüssel Ein Jojo Insamthandschuhe Hallo Sabrina, grüß dich Mensch Das ist ja schön Ihn habe ich noch nicht durchsucht Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren Bitte kooperieren Sie Soweit geht es mir ganz gut Wie geht es dir? Schokolade, menschliche Zähne Warum die auch einmal menschliche Zähne haben Opfhörer, Notizbuch Hier ist Ihr Unfallbericht Alles klar Danke Officer Alles klar Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen Ich weiß nicht, wie der Fortschritt noch hergeht Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort Das können wir schon mal abräumen hier Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen Ich habe ein bisschen sehr viel Abstand genommen zu TikTok Die letzten Monate Werde aber am Montagabend werde ich dort mal wieder live sein, wenn ich zocke Und vielleicht nächste Woche irgendwann denn voraussichtlich Montag oder Dienstag Wollte ich wieder Musik machen auf TikTok Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Negativ Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar Wir schicken so schnell wie möglich einen raus Ein Auto muss abgeschleppt werden Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich Er wird in Kürze bei Ihnen sein Komisch, da geht es doch nicht Warum ist das laut? Komm, nimm den jetzt fest hier Irgendwie geht der Fortschritt aber auch nicht höher Die Autos werden abgeschleppt Ja, ich gucke mal Vielleicht machen wir es wieder regelmäßiger Je nachdem Weil jetzt gehe ich dann halt mal in einen neuen Monitor Und dann ist das mit dem Chat auch übersichtlicher Und vielleicht mache ich es hier wieder regelmäßig Weil es hat ja auch Den ein oder anderen Zuschauer immer gebracht Nochmal für Twitch hier, ne? Ja Ah, der kann es jetzt selber auch live gehen Oder den gratuliere ich auf jeden Fall Da ist schon mal ein Abschleppwagen Ich will mal kurz abwarten, ob der den abschleppt Wo ist denn eigentlich die Tante hier? Wo sind denn die anderen beiden? Die sind vorhin zur Seite gegangen Ja, aber sind die jetzt abgehauen? Wie soll ich denn den Bericht jetzt übergeben? Trau mich aber nicht so Ja, man weiß nicht, wofür es gut ist Der Abschleppwagen kommt nicht durch Da stehen ja zwei Abschleppwagen schon Verstehe ich nicht, warum das nicht weitergeht hier Achso Wegen mir wahrscheinlich nicht Wir sind so ein Stück weiter gefahren Aber vielleicht kommen sie jetzt durch Ah So Bewirkt das jetzt hier irgendwas bei dem Fortschritt? Ne Okay, da drüben ist auf jeden Fall die Tante mit Die einen Bericht bekommt Was spielst du da? Police Patrol Officer ist das Achso Das ist nur eine Zeugin, die da steht Aber wo sind denn jetzt die, die dieses Auto hier gehört? Die beiden noch Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Tut mir leid, ich habe nichts gesehen Was? Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich habe erst nach dem Krach geguckt Ich kann Ihnen leider nicht helfen Ja Doof, dass Sie jetzt nicht mehr da sind Wie soll denn das jetzt hier weitergehen? Oh Oh Mann, ey Das ist schon wieder ärgerlich, ne? Hast du so ein Dings hier gemacht und Jetzt sind die weg Mann Krabbi Vielen lieben Dank für den verlängerten Sub Im dritten Monat Uhu Da ist wieder die Erbbeere Krabbi Grüße, Grüße, Grüße Ach Scheiße, Mann Was ist denn das jetzt für Mist hier? Die stehen hier immer noch Das hätten sie auch ein bisschen besser machen können Irgendwie, ne? Dass die wenigstens durchfahren Fortschritt kam jetzt durch den Ansprechen der Leute Die hier rumstehen, ja Dadurch kam jetzt noch der Fortschritt Pff Und jetzt wäre es nur schön Wenn die Leute noch da wären Anscheinend darf ich wohl keinen Abschleppwagen rufen Ja, dann Keine Ahnung Dann ist die Schicht vorbei Alles klar, mach das, Krabbi Viel Spaß dir Das ist jetzt echt doof gelaufen Das ist jetzt ein bisschen blöd Punkte gibt es trotzdem So, alles super Ja, äh Warte mal Ja, ich würde sagen Wir machen das nochmal Ne? Ich weiß nicht wann YouTube Aber wir werden es nochmal machen Wir gehen dann nochmal rein Irgendwann Ähm Ich denke mal Man sieht ja jetzt Hat man den Unfall gehabt Einen größeren Unfall Ja, das kommt ja immer ein bisschen Wieder was Neues dazu Wir gehen da auf jeden Fall nochmal rein Ich bedanke mich auf jeden Fall Erstmal bei euch Fürs Zuschauen Und macht's gut Bis zum nächsten Mal Und das würde nicht so lange dauern Wie beim letzten Mal wieder Tschüss Ich bedanke mich auf jeden Fall Ich bedanke mich auf jeden Fall